Hallo und herzlich willkommen am Tele-Stammtisch. Im Horror-Genre gibt es ja ein gewisses Genre um fiese Kinder. Ich weiß gar nicht, gibt es da einen Begriff für den amerikanischen wahrscheinlich schon? Wir haben ja auch letztes Jahr unter anderem Orphan First Kill besprochen und in eine ähnliche Richtung gehen könnte vielleicht auch Megan, wo das Ganze aber noch kombiniert wird mit aktuellen Themen wie künstlicher Intelligenz. Ab dem 12.1. können wir das Ganze auch endlich hier in Deutschland sehen und jemand aus unserem Team, der leider nicht ich ist, hat ihn schon im alten Jahr, glaube ich, gesehen, nämlich der Stu. Moin. Dass ich leider nicht du bin? Was ist denn mit dir? Ganz verquert. Also, hallo zusammen. Ja, ich bin Stu, ich bin nicht Dom und ich persönlich finde das gut so. Ja, es geht um KI, das passt doch hier wunderbar. Ja. Äh, wir wissen eh nicht, ob, äh, also wofür, wofür steht eigentlich Stu? Habe ich mich schon immer gefragt. Äh, super tolle Unterhaltungseinheit. Oh, das kam schneller als gedacht, ne? Das war Improf at its best. Ja, ja. Das, das hast du dir zurechtgelegt. Vollkatsache. Aber bevor wir mit der Besprechung anfangen, äh, tut mir leid, aber das würde mich interessieren, wie kommst du darauf oder warum assoziierst du damit Orphan oder Orphan First Kill mit Megan? Das würde mich interessieren. Also, das Orphan gehört ja, äh, so, sag ich mal, ja, zum Schuppsort... 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 Genre... Subgenre... Fiese Kinder. Und ich hab den Eindruck, dass Megan da auch reinschlägt und das Ganze einfach kombiniert mit KI. Ja, ok. Jetzt, jetzt verstehe ich woher... Wo die Wurzel deiner Interpretation ist. Ok. Es ist mehr so Chucky, oder was? Tatsächlich, richtig. Richtig. Es gab ja vor ein paar Jahren Child's Play, auch bekannt als das Shucky-Remake. Und wer das gesehen hat, weiß ja, dass es da kein böser Zauber war, der dazu geführt hat, dass die Puppe mörderisch wurde, sondern eine falsch programmierte künstliche Intelligenz. Und im Prinzip ist das jetzt auch bei Megan der Fall. Es geht um die Robotik-Expertin Gemma, die arbeitet bei einer großen Spielzeugfirma und die wird von heute auf Nacht zum Vormund ihrer Nichte, da die Eltern bei einem Autounfall tödlich verunfallt sind. Und weil Gemma jetzt nicht so der mütterliche Typ ist, versucht sie halt irgendwie ihre Nichte zu beschäftigen. Und zum Glück arbeitet sie ja bei einer Spielzeugfirma und sie hatte ein Projekt, nämlich Megan. Das ist eine lebensechte Puppe, die dazulernen soll. Und ihre Nichte bekommt dann so eine Megan. Und tatsächlich, sie und Megan werden beste Freunde. Leider, ähnlich wie beim Shucky-Remake, ist es dann so, dass Megan ihre Freundschaft ein bisschen zu ernst nimmt. Und wahrscheinlich dann auch so ihren Beschützer-Instinkt, ne? Ja. Wie das so der Trailer erahnen ließ. Wer übrigens nach dem Film googeln möchte, muss ein bisschen tricksen, denn das Ganze wird, glaube ich, doch mit M3GAN geschrieben, ne? So weiß ich was. Ja, Megan ist eine Abkürzung, Modell 3 von Schieß mich tot. Das wird auch im Film gesagt, aber letztlich, ja, ist es halt einfach so ein Titel, der auch ins Auge sticht, wenn man in der Kinokasse steht oder vom DVD-Regal, dann fällt das schon, glaube ich, auf, so ein Titel. Okay. Es ist ja so ein Film, auf den doch so einige Leute warten, habe ich das Gefühl. Ja, weil sie es noch nicht gesehen haben. Es ist zwar nicht, genau, ja, danke. Er ist ja nicht von James Wan, also dem Schöpfer hier von Insidious oder auch Conjuring oder jetzt zuletzt auch Aquaman, also nicht Schöpfer, aber Regie. Und, äh, seiner, äh, Co-Autorin, wie ich tatsächlich erfahren habe, Akela Cooper geschrieben. Äh, aber, wie gesagt, nicht unter der Regie von James Wan. Äh, was hat dich denn so jetzt an dem gereizt? Willst du darauf eine ehrliche Antwort haben? Weil du bist ja kein James-Warn-Fan, das weiß ich. Also, ich mag seinen Aquaman tatsächlich sehr gerne und, äh, Malignant hat auch so ein paar echt krasse, coole Momente. Mhm. Aber ja, im Grunde bin ich kein so großer James-Warn-Film, wenn er Horror inszeniert. Der macht aber nicht die Art von Horror, die ich, äh, die mir zusagt. Der Grund, warum ich ihn geguckt habe, ist, ich habe den Debütfilm des Regisseurs, Gerard Johnstone heißt der gesehen, der heißt Housebound, den fand ich sehr gut. Weil da hat er Horror mit Komödie sehr effektiv gemischt. Und ich hatte den Eindruck nach dem Trailer, dass auch Meghan sich nicht ganz so ernst nimmt. Und deswegen dachte ich mir, komm, schaue ich mir den Film mal an. Ich bin ja auch immer bereit, äh, irgendwie meine Vorurteile beiseite zu legen. Und, ja, war nix. Das wundert mich jetzt schon, weil in den USA ist ja bereits das Embargo dafür gefallen, hier in Deutschland ja noch nicht, deshalb nehmen wir das Ganze jetzt auch schon auf. Äh, und da sind die Reaktionen eigentlich ziemlich positiv. Warum kannst du da nicht so mitziehen? Ich war tatsächlich auch ein bisschen, ihr habt was schon irritiert. Ich habe ihn, äh, kurz vor Weihnachten schon sehen können, äh, im Kino. Und, äh, dann kamen so die Kritiken aus den USA raus, die teilweise sehr positiv waren. Und das ist auch kein furchtbarer Film, ne? Das ist jetzt kein Film, wo man sich wirklich todärgert, wenn man den guckt. Aber ich war eher etwas enttäuscht. Und ich weiß auch nicht, äh, woran es liegt. Ähm. Ich habe auch so im Vorfeld so gehört, dass ich nicht der Einzige bin, der nicht so viel mit dem Film anfangen konnte. Aber ja, ich war, das ist, für mich ist es eher eine Enttäuschung. Weil, das ist einer dieser Filme, wo man sieht, so, die Zutaten wären alle da. Aber was halt daraus gekocht wird, ist ein Süppchen, dem die Würze fehlt, sag ich mal. Äh, wir haben ja, habe ich ja schon drauf erwiesen, letztes Jahr, äh, Orphan First Kill besprochen. Und der war ja eigentlich eher, ja, also, der, der war jetzt nichts Weltbewegendes oder was, aber der war deutlich besser, als wir erwartet hatten, wenn ich mich erinnere. Und hier ist es genau umgekehrt. Wo, wo liegen da so für dich die, die Grundprobleme? Du meintest ja schon zu wenig Würze, also, hätte der an einigen Stellen noch weitergehen können? Oder, äh, ist der von nichts? Also, ich meine, er versucht ja zwei Elemente zu mischen, hatte ich ja schon gesagt. Und kriegt der das vielleicht nicht so zusammen? Oder was ist da los? Ähm, fangen wir erst mal mit dem, mit dem größten Kritikpunkt an. Es ist ein Horrorfilm, aber ein Horrorfilm, den ich nie, zu keiner Zeit, auch nur ansatzweise spannend fand. Der war gar nichts. Mhm. Du hast natürlich so die obligatorischen Jumpscares, äh, aber auch nicht so viele. Also, für James-Wan-Verhältnisse ist es sogar sehr gemäßig, muss ich sagen. Aber der Film hat einfach für mich keine Spannungskurve, gar nicht. Der, der, also, du weißt, was passieren wird, obwohl du, äh, die Geschichte nicht kennst, quasi. Was nicht so schlimm wäre, weil, ich meine, da kommt halt so ein lebensechter Roboter ins Haus und wir können uns alle schnecken, was da passieren wird. Ähm, aber das ist alles so überraschungsarm. Und jetzt kommt der zweite Kritikpunkt und ich weiß, ich werde jetzt wahrscheinlich klingen wie so ein Gorehound. Der Film hat in den USA einen PG-13 und die FSK hat ihm eine 16er-Freigabe gegeben. Der Film ist echt relativ harmlos. Es gibt ein, zwei kleinere Spitzen und da lässt sich ja ahnen, dass man da vielleicht echt was hätte in der Hand gehabt, dass es etwas spaßiger wird. Aber das ist so ein inspirationsloses, fantasieloses und auch blutloses, äh, einerlei, was da abgeliefert wird. Es ist unschön. Also, ähm, diese, es gibt relativ wenig Kills. Die Akeda Cooper hat auch, glaube ich, beim Interview mit Collider schon gesagt, dass das Original-Drehbuch wesentlich blutiger und, äh, mordreicher ist. Und James Wan, das wohl gedrosselt hat. Es wird vermutet, dass wir im Heimkino vielleicht eine Unrated-Fassung bekommen. Ob die jetzt so viel besser macht, das wage ich zu bezweifeln. Aber der Film, der, der hat keinen Saft im Füller, um es mal so auszudrücken. Und ich finde halt, ich will jetzt keiner, der sagt, ein guter Horrorfilm braucht Blut und Gegröße. Aber Megan ist so ein Film, wo ich immer das Gefühl hatte, er verheilt, er, er, er verbirgt irgendwas von mir. Dass er mir nicht alles zeigt, was er eigentlich zu liefern hat oder zu liefern konnte. Und du hast ja auch schon, oder wir haben gerade schon Malignan angesprochen oder Malignan. Ich sag mal Malignan, es tut mir leid. Was diesen Film auszeichnet, ist halt seinen, 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 seinen Bock oder seine Bereitschaft, steil zu gehen. Richtig steil zu gehen. Auch wenn man damit vielleicht einige Zuschauer nicht abholen. Er ist ja schon ein richtiger Jallo, ne, glaube ich. Ich hab ihn ja noch nicht gesehen, oder? Nee, nicht nur das. Also am Ende ist Malignan, ist halt Suspiria, trifft auf John Wick, trifft auf der Exorzist, trifft auf irgendwas anderes. Okay, okay. Und sowas hätte ich mir bei Megan auch gewünscht. Weil die Zutaten wären da gewesen für einen Film, der spätestens am Ende wirklich sagt, so scheiß drauf, ich mach jetzt, worauf ich Bock habe. Aber der ist halt wirklich, der ist mir zu schablonhaft. Das ist wirklich ein, 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 ein Film, der wirkt als Kämer von Ikea und den man auch brav nach Anleitung aufgebaut hat. Das sorgt natürlich dafür, dass der ohne Probleme von Punkt A zu Punkt B zu Punkt C kommt. Aber es ist halt auch echt ermüdend und langweilig. Ja, das klingt auch wirklich so ein bisschen, als wäre der, ja, weiß ich nicht, im Nachhinein auf PG-13 getrimmt worden, um an ein breiteres Publikum herangeführt zu werden, könnte natürlich auch sein, ne? Also, wie gesagt, das Drehbuch war halt brutaler, aber ich weiß jetzt nicht, ob sie für die Szenen auch gedreht haben. Es gibt in dem Film auch ein paar Momente, wo ich dachte, okay, das ist das nächste Opfer und war dann auch erstaunt, dass dann Person X dann doch nicht den Tod gefunden hat. Ist okay, aber ich für meinen Teil hätte mir einen Horrorfilm gewünscht, der A, spannend ist, ganz wichtig für einen Horrorfilm, ist er nicht. Atmosphärisch ist das Ding auch jetzt nicht besonders, ja, gelungen, wie ich finde. Darstellerisch, ja gut, Alison Williams kennt man aus Girls oder Get Out oder The Perfection, die macht einen guten Job, kann man nix sagen. Es ist natürlich schon ein bisschen sehr seltsam, oder was ist seltsam, aber sehr auffällig, dass die, dass das Drehbuch diese, ihre Figur schon sehr in diese Mutterrolle reinzwängt und schon so ein bisschen diese Botschaft innehat, so ja, Mutterrolle ist aber eigentlich schon das Geilste, was dir passieren kann. Ja. Auch etwas unschön. Und halt eben, der Film hat auch ganz viele Momente, wo ich dachte, okay, jetzt versucht er witzig zu sein. Wo ich aber sagen muss, ja, es ist amüsant hin und wieder, aber nur ganz kurz und auch dafür mit der Impact, auch da wäre mir vielleicht ein bisschen mehr drastisch oder drastisch lieb gewesen. Einfach, dass die, dass die Schmerze des Humors nochmal herauskommt. Ähm, so ist für mich Meghan einfach gescheitert tatsächlich. Ähm, wie gesagt, ich kann nicht so ganz nachvollziehen, woher dieser überwiegend positive Tonus der US-Kritiken herkommt. Ich für meinen Teil fand, dass der Film von außen betrachtet wirklich gut ist und Spaß verspricht, aber ich hatte da wirklich sehr, sehr wenig Freude mit. Also ich kann hier tatsächlich mal auf eine US-Kritik verweisen vom Collider, wo es heißt, äh, Meghan might just become the Malignant of, äh, 2023. Nein, nein. Also das ist zum Beispiel, ganz ehrlich, dann hat der oder die Autoren Malignant nicht gesehen. Es tut mir wirklich leid, aber, äh, das, 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 das Malignant ist halt eine ganz andere Klasse von Wahnsinn. Meghan ist kein Wahnsinn. Meghan gibt vor von außen, dass da jetzt was Wahnsinniges auf uns zukommt, aber letztlich ist selbst das Child's Play Remake wahnsinniger als, als Meghan. Meghan ist wirklich ein relativ handelsüblicher Roboter-Horror-Film. Jetzt hab ich gerade eben das Genre des Roboter-Horror-Films anscheinend erfunden, egal. Ähm, da ist nix dran, was es, was es nicht schon vorgegeben hat. Und, äh, meine Empfehlung, guckt euch lieber das Chucky Remake an, das ist auch nicht perfekt, aber das hat zumindest wirklich noch Momente, die in Erinnerung bleiben. Davon hat Meghan halt eigentlich gar nix. Ähm, oder aber Wes Craven ist mein tödlicher Freund, wäre auch eine schöne Alternative. Ja, das Chucky Remake hat ja zumindest, äh, akustisch immer einen Mark Hamill, ne? Weil du jetzt gerade wirklich auch meintest, der Film ist für dich gescheitert, also dann auch, äh, weil du hattest ja doch ein bisschen Hoffnung, auch in Richtung schwarzer Comedy, was so, äh, die Regie angeht. Und scheint das dann vielleicht auch nicht so gebändigt bekommen zu haben, oder vielleicht auch in Richtung, ähm, für mich klingt das aber auch so ein bisschen so, also ich mein, diese Idee, äh, äh, irgendwie fiese Kinder mit, mit KI zu kombinieren, ist ja vielleicht gar nicht mal verkehrt. Aber vielleicht ist das Thema KI in der Hinsicht, wie es dann hier angefasst wird, auch mittlerweile echt für sich schon zum Klischee verkommen. Weil, wie oft haben wir es halt schon gesehen, dass dir ein Roboter vor die Nase gesetzt wird, der halt dann am Ende böse wird, in Anführungsstrichen. Ja. Das ist halt, das ist so durch. Und ich muss auch sagen, muss auch sagen, dass es mir beim Chucky Remake dann tatsächlich besser gefällt, weil da ist halt wirklich so, es ist eine falsch oder ein fehlerhaft programmierte KI, die dazu geführt hat. Bei Megan ist es halt einfach nur, es ist die KI, fertig, aus, Mickey, Maul. Und natürlich, das sollte man auch erwähnen, äh, natürlich gibt's da auch so die, die obligatorische, äh, gegenwärtige Kritik an unserer Kultur, ne, dass die Kinder halt nur noch vor dem Tablet hocken und alles muss elektronisch sein. Aber ganz ehrlich, diese Art von Kritik, die ist jetzt auch nicht neu und die wurde auch schon zigfach angewandt. Und, äh, die ganzen Businessleute, die da zu sehen sind, das sind auch so, ich glaube, sie sind als Parodien angelegt, aber für eine Parodie gehen die mir nicht weit genug. Es ist, ja, ich wiederhole mich, aber für mich ist Megan wirklich gescheitert. Und, äh, ich hab da wirklich nichts gefunden, wo ich sage, das haben die so gemacht oder so durchgeführt, dass es mich überzeugen konnte. Ich glaube tatsächlich, wenn man nicht so viele Horrorfilme gesehen hat und nicht so hohe Erwartungen hat, dass man mit dem vielleicht noch eine gute Zeit haben könnte. Aber ich für meinen Teil, meine Erwartungen wurden nicht erfüllt. Die wurden sogar eher ordentlich unter, nicht unterwandert, aber untergraben. Ich kam aus dem Film raus und war so ein bisschen, nicht fassungslos, aber schon so ein bisschen so, ja, ich, ich hatte jetzt erwartet, dass ich jetzt irgendwas bekomme. Entweder, was ich total kacke finde, weil ich einfach keinen Zugang dazu finde. Oder aber, was ich total famos finde, weil es mich, äh, überrascht hat, weil es mich unterhält. Ähm, aber letztlich kam ich aus dem Kino raus und, ja, Schulterzucken war die Antwort, ne. Das ist meistens sogar eigentlich das Schlimmste. Ja, ne. Zumindest, wenn man irgendwas im Kino sieht, ja. Ja. Okay, ja, äh, dann, äh, kannst du bei uns zumindest nicht so ganz in den Reigen der Lobeshymnen für Megan einstimmen. Vielleicht können das ja, äh, diejenigen, äh, welchen, äh, die das hier hören, wenn er dann erschienen ist am 26., äh, ne, Quatsch, am, ach, am 12. Januar. Ich hab's heute echt mit Zahlen, ne. Die dürfen uns natürlich gerne in die Kommentare schreiben, wenn ihr anderer Meinung seid, äh, lasst uns das gerne wissen, fänden wir sehr interessant. Ansonsten, ja, äh, äh, vielleicht werde ich mir immer mal ansehen auf Netflix oder so. Mal schauen. Wie immer, herzlichen Dank an dich, Stu. Und, äh, ja, ich würd sagen, damit kämen wir jetzt zur Tagesordnung zurück. Ciao, ciao. Adios. Sehr geehrte Damen und Herren, wertes Publikum, liebe Hörende, vielen Dank für eure Aufmerksamkeit und Zeit. Ich hoffe sehr, euch hat gefallen, was ihr gerade gehört habt. Wir, die Redaktion des TeleStammtisch, betreiben ein semiprofessionelles Podcastprojekt zum Selbstmitmachen. Also meldet euch bei uns, wir beißen auf. Außerdem freuen wir uns immer über Feedback via Social Media und E-Mail sowie euren finanziellen Support. Ebenso froh locken wir förmliche Bewertungen auf den gängigen Podcastplattformen. Wer möchte, darf uns gern immer und überall empfehlen. Alle relevanten Links findet ihr in den Show Notes. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal. Euer Andi.